Fahrschule Als Vorbereitung und Hilfe auf Deutsch und Tigrinja Klasse B Eine theoretische Prüfung hat 30 aus etwa 1200 Fragen. In diesem Video werden 10 Fragen übersetzt und beantwortet. In welchen Fällen dürfen Sie eine Straßenbahn links überholen? In Einbahnstraßen Wenn die Fahrbahn in Klamen keine Einbahnstraße rechts neben der Straßenbahn durch andere Fahrzeuge versperrt ist. Wenn die Schienen zu weit rechts liegen. Du kannst sie zu viel, im Saal an und bisschen Gammelen sprechen. In diesen Sprach die Fahrbahn in Klamen keinen Achtan von Klamen getrEEP. Sie starten auf die Straße zur Straße. Sie sind einem guten Gammel-Gammel an und wieder. Sie sind ein bisschen Gammel-Gammel an. Sie sind ein bisschen Gammel-Gammel an. Die Antworten 1 und 3 sind richtig. Normalerweise werden Straßenbahnen immer rechts überholt. Ausnahme ist eine Einbahnstraße, wenn die Fahrbahn links breit genug zum Überholen ist. Liegen aber in einer Straße die Schienen ganz weit rechts, darf auch links überholt werden, wenn der Gegenverkehr das zulässt. Abenteuer und redone ab, Baby, Aufwacht und platzieren zuishing. Aber die Prozent hat sich überholt, dass sie sich noch nicht auf die Schiene gehen und nicht in der Straße auf die Schiene gehen. Sie müssen auch die Schiene gehen. Mal sehen, dass sie die Schiene gehen können, dass sie dann auf die Schiene gehen gehen können. Das ist alles, dass gerade noch die Schiene zu ihnen sein. Aber noch zum Beispiel, dass sie die Schiene gehen. Wir machen, dass sie die Schiene gehen und zu ihnen gehen. und dann folgen die Tachlifat-Kamal-Atyu. erstfahren. Unmittelbar nach dem ersten Hinweis auf die Fahrbahneinengung in den durchgehend zu befahrenden Fahrstreifen einordnen. Erst unmittelbar vor Beginn der Verengung im Reißverschlussverfahren einordnen. Ich liebe mir, wir in der Osteilung einordnen, einordnen. Und zwar Ihre Vorstellung nach einem Versuch, ihr habt die einordnen, dass die Fahrt einordnen. Die Antwort 3 ist richtig Verengt sich eine Fahrbahn von zwei Fahrstreifen auf einen Fahrstreifen in meine Richtung ist immer dicht vor der Verengung das Reichsverschlussverfahren anzuwenden Dabei ist es egal, auf welchen der beiden Fahrstreifen ich fahre Die Antwort 20 Volt Exaktig unter das Schiffen Auch reagieren können die Fahr poquito ausereinander vor demث prescribe die Fahr gramm An einer Straßenbahnhaltestelle steigen Fahrgäste auf der Fahrbahn ein und aus. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie rechts vorbeifahren wollen? Deutlich Warnzeichen geben und weiterfahren. Vorsichtig mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist und sie auch nicht behindert werden. Warten, wenn Fahrgäste gefährdet oder behindert werden könnten. Was ist die Frage? Was ist die Frage? was, du wenn du eine Nachwörter sich um, wenn du das Leben er hat, dass du einen Nachwörter der Erleuch der Erleuchte. Wenn du ein Nachwörter das Erleuchte geblendet hast, dann ist es, dass du dich in die Nachwörter der Erleuchte was, wenn du dich in die Nachwörter der Erleuchte bist du dir ein? Entschuldigung, du bist du dir ein? Die Antworten 2 und 3 sind richtig. Werden Fahrgäste durch mein Weiterfahren behindert oder gefährdet, halte ich an und warte ab, bis die Fahrbahn frei ist. Dann fahre ich vorsichtig mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Die Antworten sind wir im Kurs. Ihr seid ihr in der Zeit, dass wir alle die Fahrzeuge über die Fahrzeuge zurückgehen. Ihr seid ihr in die Fahrzeuge, aber ihr seid ihr in die Fahrzeuge? Wir haben die Fahrzeuge und die Fahrzeuge über die Fahrzeuge über die Fahrzeuge. In welchen Fällen müssen Sie an einem Fußgängerüberweg besonders vorsichtig heranfahren? Wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollen. Wenn die Sicht auf den Fußgängerüberweg eingeschränkt ist. Wenn ein anderes Fahrzeug bereits vor dem Fußgängerüberweg wartet. Die Sicht auf den Fußgängerüberweg und die Sicht auf den Fußgängerüberweg. Alle drei Antworten sind richtig. Ein Fußgängerüberweg soll den Fußgängern das sichere und ungehinderte Überqueren der Fahrbahn ermöglichen. Kann ich den Fußgängerüberweg nicht richtig übersehen, weil eventuell ein Fahrzeug meine Sicht behindert oder es steht ein Fahrzeug davor, bin ich besonders vorsichtig. Wie sagt die Sackgänger, sind Sie die Sackgänger überwachsen? Schwerpunkt wird mit der Reifung an die Schweiz abgelehnt ist, dass Sie die Sackgänger durch die Sackgänger herausfinden können. Wenn die Sackgänger überwachsen, ist, was Sie boats sich zu wissen, was Sie riechen ist? Was sollten Sie nach dem Starten des Fahrzeugs tun? Ich sollte möglichst den Motor in Stand warm laufen lassen. Ich sollte möglichst unverzüglich losfahren. Ich sollte möglichst im niedertourigen Drehzahlbereich fahren. Die Antworten 2 und 3 sind richtig. Ich sollte den Motor meines Fahrzeugs nur dann starten, wenn ich auch gleich losfahren möchte. Beim Fahren sollte ich immer mit möglichst wenig Gas im niedertourigen Drehzahlbereich fahren. Ich habe die Fahrzeuge und die Fahrzeuge und die Fahrzeuge und die Fahrzeuge und die Fahrzeuge. Welches Verhalten ist richtig? Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen. Ich muss den Bus durchfahren lassen. Ich muss an der Haltlinie anhalten. Alle drei Antworten sind richtig. Zuerst fahre ich bis zur Haltlinie, stoppe und lasse den Radfahrer auf der Vorfahrtstraße durchfahren. Weil ich linksabbieger bin, habe ich dem entgegenkommenden Bus die Vorfahrt zu gewähren. Ich fahre zum Schluss. Die Frage nach der Haltlinie Das ist der Haltlinie, amります. Ich würde mich noch abgett, wie ich noch in dem Auslandset habe. Ich werde mich noch an mit der Haltlinie anhalten lassen. Ich habe eine neue Автобus in einer Beinigungskammerung. Ich habe eine Anstfahrung, die Autobus auf die Haltlinie anoureden Drehzahlung. Ich würde mich bei der Haltlinie an reference. Welches Verhalten ist richtig? Ich muss das Motorrad abbiegen lassen. Ich darf erst als letzter fahren. Ich darf vor dem blauen PKW fahren. Ich bin ein Fahrrad mit der Motorradfahrt. Ich bin ein Fahrrad mit der Motorradfahrt und ich bin ein Fahrrad mit der Motorradfahrt. Ich kann hier und ich bin ein Fahrrad mit der Motorradfahrt. Ich beginnt zu über das der Motorradfahrt. Ja, ich kann hier nicht ein Fahrradfahrt, weil ich der Motorradfahrt, was ich nicht. Nein, ich kann hier nicht sagen. Ich kann hier nicht sagen. Ich kann hier nicht alles einfach verserlen. Ich kann hier nicht alles parallel, denn ich kann hier nicht eingeschäft. Ich kann hier nicht eingeschäft. Ich kann hier nicht留. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich fahre nach den beiden PKWs. Ich fahre nach dem blauen PKW. Ich fahre vor den beiden PKWs. Die Antwort 3 ist richtig. Dieses Verkehrszeichen gibt an, dass ich an der nächsten Kreuzung oder Einmündung Vorfahrt habe. Ich befinde mich auf der Vorfahrtstraße und die beiden PKWs müssen mich durchfahren lassen. Ich bin auf der Vorfahrtstraße und die beiden PKWs müssen mich durchfahren lassen. Sie passieren diese Verkehrszeichenkombination bei einer Außentemperatur von plus 3 Grad Celsius. Wie verhalten Sie sich? Ich fahre unvermündert weiter, da keine Eisklette zu erwarten ist. Ich verringere die Geschwindigkeit. Ich verringere sofort den Abstand zum Vorausfahrenden. Ich verringere die Geschwindigkeit. Ich habe dann Die Antwort 2 ist richtig. Die Schilder weisen mich auf die Gefahr von Eis- oder Schneeglätte hin. Bei unter 3 Grad Celsius verringere ich meine Geschwindigkeit und fahre sehr vorsichtig. Bei vielen PKWs wird diese Gefahr durch einen Ton signalisiert, wenn eine Außentemperatur von 4 Grad Celsius unterschritten wird. Die Schilder weisen die Schilder weisen. Die Schilder weisen die Schilder weisen. Die Antwort 1 ist richtig. Die Höchstgeschwindigkeit von 60 kmh ist bei nasser Fahrbahn einzuhalten. Ist die Fahrbahn trocken, darf ich schneller fahren. Leben in der Schilder weisen. Die Schilder weisen die Schilder weisenkowski, die Schilder weisenkowski, die Schilder weisenkowski und wird geschützt. Sie werden sehen, dass wir die Schilder weisenkowski, sehen, wie sie diese Schilder weisenkowski und bieten. Verwinden Sie, die Schilder weisenkowski behert sich. Untertitelung. BR 2018